Willkommen bei profischnapp.de. Mein Name ist Lutz Reinhardt und ich bin in Impfingen hier im Showroom und zeige Ihnen ein Sessel Hukla ER04 elektrisch mit Lederbezug in Bleu. Elektrisch. Hier ist die Elektrik. Ganz einfach. Ich habe hier die Schnelltaste, da geht beides auf einmal, nämlich Fußklappe und Rücken. Dann eine Taste, also auch für Leute, die nicht so technisch sind. Tolle Position. Hier kann ich manuell das noch verstellen. Kein Akku eingebaut, kann also auch nicht kaputt gehen. Und mit dieser Taste geht es zurück. Die oberen Tasten kann ich benutzen, wenn ich individuell das einstellen will. Brauche ich aber nicht. Wenn ich nur runter oder hoch will, dann nehme ich die unteren Tasten. Hier ist eine praktische Schlaufe zum Einhängen. Der Sessel ist drehbar, hat eine schöne Armlehne. Den Rücken kann ich dann so zurück machen, dass es aushängt. Jetzt sitze ich auch sehr bequem. Ein dezenter Fuß. Und jetzt habe ich die gespannte Schnur, die Stromleitung abgekappt. Ein toller Sessel mit tollem Komfort. Ein Mustersessel, der intern begutachtet wurde. Zum tollen Preis. ER04 von Hukla. Ein Mustersessel, noch nie benutzt. Zum Schnäppchenpreis schnappen Sie zu. Dankeschön. Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.